Musik Wir sind hier in der Fleischerei Hase, die seit 1973 betrieben wird. In unserem Keller hatten wir Schwierigkeiten mit Feuchtigkeit und durch ein Inserat in der Zeitung sind wir auf eine Firma gekommen, die die Installation macht, die jetzt seit vier Tagen bei uns war. Wir sind sehr zufrieden mit der Pünktlichkeit, mit der Sauberkeit und wir freuen uns, dass dann alles in Ordnung ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020